Musik Ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin wieder euer Avenger und ja, ich hoffe ihr seid vor lauter Spannung nicht gestorben, wen wir jetzt gleich sehen werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend, weil wie schon gesagt, alter, das hatte mich, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, Season 2, ich habe mich sowas von gefreut. Ich bin fast in Tränen ausgebrochen, weil ich echt dachte, dass, naja, aber es jetzt selbst. Ja, es ist Kenny. Keine Frage, sofort. Hat sich ein bisschen verändert, der alte Mann? Ja, es gibt auch nette Menschen auf dieser Welt. Ist so. Und mein Bart, der Juck des Todes. Alter Schwede, ey. Wenn ihr noch keinen habt, freut euch. Ich könnte den ja abrasieren, aber dann sehe ich aus wie ein Milch. Oh, 10 vor 10, ist er doch gar nicht so spät. Haha. Haha. Hahaha Wenn du mir sagst, dass sie gut sind, dann bin ich gut. Wir. Du bist derjenige, die mit dem Schrauben. Sie sind cool. Dad, schau! Ein Weihnachtsmus. Nicht jetzt, Sarah. Ist das nicht großartig? Wir haben alles gefunden. Es ist unglaublich. Oh Mann, ja. Dies hat süß, ne? Ein Blick von der Frau reicht, und man knickt sofort ein. Oh, ich finde es toll. Das ist doch echt mal eine schöne Abwechslung. Ich finde so etwas echt toll. Da könnte man echt gut leben. Auch in der heutigen Zeit. Ich meine, so ein schönes Haus, das gibt es nicht oft. Still wearing this dirty old thing, huh? Natürlich. Immer. 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 Das war wie zwei P's in pot. Oh, sch***. Ich wollte nicht... Es ist einfach schwer, nicht zu denken. Du wißt du? Nein. Er hat mich geholfen. Ich wusste es. Ich wusste, dass er würde. Der Mann hatte ein Feuer in ihm. Das ist sicher. Ich wusste es. 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 Ich dachte, ich könnte dich später finden. Aber alles wird gut sein. Krista sagte mir, du bist tot. Ich bin. Das ist alles der Traum. Entschuldigung, schrecklich. Krista wurde in eine hellige Verlust. Ich habe ihr eine Hand, und dann wurde es... ...messier. Für eine Minute da, es war nicht so gut für old Kenny. Long story short. Ich habe Glück. Real Glück. Es war ein langes Zeit alleine. Es ist... Da hätten sie ruhig mal so einen Rückblick zeigen können, oder so. Weißt du, wie hat er rausgefeitet, das aller? Gosh, es ist großartig, dich zurück zu haben. Ihr zwei? Clem? Das ist meine Frau, Sarita. Nicht sie schön? Schön, dich zu treffen, Clementine. Hey, Walt, wo ist Matthew? Er ist noch da rausgekommen? Natürlich ist er. Na gut, ich beginne mit dem Essen. Carlos, richtig? Wird ich, wenn ich meine Frau für eine Bescheidung stehe? Stay in sight, Sweetie. Können wir etwas zu helfen? Wir können eine Hand außerhalb. Wir haben viele Supplieren zu bringen, bevor die Wälder zerrehen. Klar. Clem, warum nicht du mit Walt helfen mit dem Essen? Tja, dann machen wir das doch, nicht? Also, äh... Ne? Ich meine, Essen hab ich drauf. Ich bin Koch. Ja, jetzt krieg ich das hin. Ja, danke. Exzellent. Willst du mir ein bisschen Essen vorbereiten? Also, wie kennst du Kenny? Er und Sarita haben eine große Hilfe. Matthew und ich wussten gar nicht, was hier vor der ersten Woche zu tun. Aber Kenny? Ja. Er wird niemals verlassen. Es ist eine lange Geschichte. Verbesserung mit Menschen ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen würde. Gott, du erinnerst mich an meine Studenten. Ich kann es nicht vorstellen, was es verlassen würde. Ich kann es nicht vorstellen, was es verlassen würde. Ich glaube, in die Lage kann sich keiner versetzen. So, nur mehr. Hast du mir die Ehre, den ersten Kurs zu spüren, Madame? Es sieht... ... großartig. Es sieht wie viel. Nein, es sieht nicht. Hm, 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 hm. Als Artistin gibt es nichts, was ich weniger mag, als ein freundlicher Kritiker. Hm. Streichende Beziehung. Anyway, ich nehme es von hier. Der hat doch wohl in die Bohnen nicht irgendwer... ... die Pfirsich rein, oder? Ähm. So, dann sehe ich mich halt mal in der Hütte um, nicht? Hm. Schauen wir mal. Wait a minute. Toll. Schön. Cousin Jared's Concert. Oktober 13. 1998. Hm. Da war ich... Alter, da war ich 10. Da kann sie die Leser aufspielen. Echt jetzt? Da war was zum Anklicken. Ich habe es ganz genau gesehen. So. Jetzt, wo es sagt, ne? Clem, wir können dir ein paar Hilfe nutzen. Hier, Sarah, du nimmst das und schnapp sie da oben. Ich habe es schon gesehen. Du kennst es schon vorher. Es ist unglaublich, ihn wieder zu sehen. Wenn ich ihn verabschiede, er ist so anders. Aber du musst dich so glücklich sein. Er ist einfach der schönste Mann. Immer so sehr sehr. Perfect. Jetzt nur die Topper. Wir haben immer einen Angel auf der Niemann. Meine Familie nicht zu Weihnachten, der Weihnachtsbaumspitze. Aber ich liebe immer noch die Dekorations. Finde etwas für die Weihnachtsbaumspitze. Gib mir das mal um. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Es ist eine Woche, Mann. Wir müssen aus den Wald gehen. Wir können sicher sein. Wir müssen uns sicher. Sie können uns tracken. Tracking? Was denkst du, sie sind? Mensch? Ich meine, die... Die wurden ja schon so ewig verfolgt. Ich habe ein paar Leute gesehen. Leute? Da unten? Wie? Sie hat die Binnokulare, Genius. Ich habe die Lichter. Wie gehen sie denn? In den Wald? Wir können uns keine Chance nehmen. Wir sind an der Nacht. Aber wir sind hier sicher, für heute Abend. Genau? Clementine, du sprachst mit dem Mann, Walter, genau? Was sagte er? Du hast ihn nicht gesagt, was du über uns gesagt hast? Wir müssen uns vorsichtig sein. Wir sprachen über Kenny. Kenny? Er ist der loud man mit dem Beard? Ja. Das ist er. Ich weiß nicht, was dieser Mann sagt. Wir stehen hier heute Abend. Ich spreche mit den resten. Sie glauben Sie. Sie können uns herausfinden. Ich werde ihn finden. Ich werde Luke finden. Liebe, ich fühle mich nicht so gut. Beck, was ist falsch? Ich brauche nur etwas zu trinken. Du hast es. Ich werde gleich zurück. Ich rede erst mal mit Rebecca. Ich rede erst mal mit Rebecca. Ich kann mich nicht selbst schützen. Wie soll ich ein Kind haben? Ich meine, wie kann jeder jetzt? Ich denke, es ist möglich. Wie wissen Sie? Ich bin noch hier. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie kann ich? Wie kann ich? Wie geht's? Ich werde... ... ... ... ... ... ... Es ist nicht seine. Wer ist das denn? Wenn Alvin herauskommt, wird er mich tönt. Ich weiß nicht was zu tun. Ich kann nicht glauben, dass ich eine kleine Mädchen für ein Geist. Aber ich denke, dass nichts mehr anders ist. Er wird dich nicht tönt. Da ist mein Mann. Du bist okay, Baby? Ich bin gut, du großartig. Du musst nur etwas Essen holen. Danke, dass du mit dem Clem stehst. Kannst du dich fragen, den Walter-Guy, wann wir essen? Ich liebe dich, Silly Bear. Ich weiss das. Ich weiß, aber ich liebe dich. Oh, guck mal! Ein Engel! Sarah hat etwas von einem Engel erwähnt. Also, denke ich mal, machen wir den drauf, ne? Hätte ich mal gesagt. Bam! Sie sieht so cool! Schön! Schön! Ich liebe dieses Jahr. Du weißt, dass deine Freunde hier sind, dieses Ort beginnt zu fühlen wie ein echtes Haus. Matthew und Walter sind fantastische Leute. Honestly, es ist gefährlich zu sein. Aber sie können es nicht helfen. Wait, bis du mit Matthew kennst. Er ist ein echtes Charakter. Der erste Mal, er hat mich besprochen, er hat mich Rita. Was ist Matthew? Oh, er ist ein guter Mann. Ein bisschen shorter als Walter. Er sollte bald sein. Kreml, ich wollte dich fragen. Kannst du dich sehen, ist Kenny anders zu dir? Ich habe ihn nicht vorher kennenzulernen. Und ich bin überraschend. Er hat gute und schlechte Zeit, wie alle anderen anderen. Aber ich habe das Gefühl, er ist ... Er ist anders, als ich erinnere mich. Warum durfte ich das jetzt nicht erläutern? Warum? Ich denke, ich kann es funktionieren, Ken. Ich habe gesagt, ich habe es geschafft. Er muss immer den Mann spielen. Aber ich werde dir sagen, als ich ihn kennenzulernen konnte, er konnte nicht fliegen. Na, alle anderen. Das Essen ist gefeiert. Komm her, wir sehen uns. Das ist so cool. Das Wasser. Das Wasser. Das Wasser. Oh, das ist nicht so cool. Ja, das ist jetzt wieder so eine Entscheidungsphase, wo ich mir ... Da geht es dann wieder darum, wer hält dann zu mir und Ding und Bums. Also, aber ich denke mal, wenn man jetzt Leute ganz, ganz lange nicht gesehen hat, so überraschungsmäßig. Also, ich kann das immer so nachvollziehen. Wenn ich jetzt auf irgendeinem Fest bin, und ich habe Freunde dabei. Ich sehe dann Leute, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und dann ist ja völlig klar, dass man sich dazu setzt. Ich würde dann zu meinen Kommentaren sagen, hier Leute, pass mal auf, habe ich Ewigkeit nicht mehr gesehen, kann ich mal kurz rüber oder so. Und dann ... Die verstehen das. Also, ich denke mal, wenn Luke wirklich mein Freund ist, was ich denke, dann wird er es verstehen. Ich weiß zu hundert Prozent, wenn ich Kenny brauche, ist er da. So, Clem, wir haben gerade gesprochen. Was ist das Problem mit dem Kind? Und was ist sein Name? Luke? Ist er in charge? Hast du ihn? Kenny, bitte. Sarita, wir kennen diese Leute nicht. Sie sind nett. Ich mag ihn. Er ist ein guter Mann. Würdest du ihn mit deinem Leben vertrauen? Ich denke so. Ich denke schon. Der Mann, der Big Al? Er sagte, dass sie auf der Runde waren. Einige Leute sind nach ihnen. Du musst nicht mehr über das zu beschäftigen. Sie werden morgen gehen, und du kannst hier bleiben. Absolut. Schöne, du bleibst mit uns, so lange, wie du willst. Sie bleibt hier gut. Wenn das, was sie will... Natürlich. Right, Clem? Danke. Natürlich. Das ist wie ein Traum. Dammit, ich bin so glücklich. Ich kann euch nicht sagen. Hey there. Hey. Hope you like the food. Ah, das ist so ein Sack, ey. Oh Scheiße. Was ist das? Wir haben uns gedacht, dass wir weitergehen. Einmal nach dem Norden. Hast du gehört von einem Ort, der Wellington? Wellington? Was ist das? Ja. Krista und ich sind da. Es ist ein großer Kamp, da nach Michigan. Michigan? Hast du ein Problem mit dem Hörger? Ja, Michigan! Fertig, Wasser, viel Land, und ein Schroes Winter, damit die Walken schlafen. Das klingt wie blöde. Listen, Vanilla Ice. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber du bist eher willkommen in der Früh. Lebby ist einfach mit mir. Was ist das Problem mit diesen Leuten, Klam? Hey, mach dich, buddy. Es ist okay, Nick. Wir sind nicht bleiben. Sie ist bleiben? Bitte, nicht kämpf. Gentlemen, bitte. Es gibt nichts dafür. Wir haben alle einen langen Tag. Bitte, essen Sie. Ich enthalte mich, ich finde alle gut. Ich enthalte mich, ich finde alle gut. Duck? Wer ist Duck? Kenny? Hey, Clementine. Would you lend me a hand outside for a moment? Hey, Clementine. Would you lend me a hand outside for a moment? I'm sorry about that. You know, I used to be a teacher. And I remember what it's like to be caught in the middle of two clicks. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time. But that's just how these things work. Everything will be fine. Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty and you grease the wheels. I want to stay with you and Kenny. Then stay you shall. I know that'll please Kenny. I missed him. And he missed you. I can assure you. They say the world is on. But I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other. To empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck. Have you read him? Well, we have plenty of time to catch you up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like him. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? Right. What's the matter Clementine? Is there something you want to tell me? You can talk to me, Clint. There's almost nothing you can tell me that would surprise me. I can promise you that. I'm just worried about the people chasing us. You're safe now. Don't worry. Matthew will be back soon. And everything will be fine. Hey, kids. What are you two talking about? Oh, politics? The hell? Well, being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not dealing with that shit. I was just going to check if we're going around before the storm hits. Give us a hand. Sure. No problem. What the fuck? Miss? Please. Do you have any food? Are you okay? I saw the house and... I have a family. We're starving. We live down there. Of course. Why don't you come in, Miss... Bonnie. Walt, I don't know. You just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? She can't hurt anyone. Look at her. Thank you. Really, but that storm will be on us soon, and I gotta get back to my family. I'll bring something out to you, then. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put. I'll be right back. I have a... little girl like you. How old are you, sweetie? I'm 11. I would've thought older than that. Here you are, Miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. You too. Go on inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Clementine. Don't freak out. Listen. Okay. I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walters friend. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Now they're all worried. He's not back yet. I know he was. For sure. Damn it. Damn it. Damn it, Nick. Damn it, Nick. I don't think anything knows yet. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he would do if he found out. Well, we should tell him. He's gonna ask her, didn't it? And you're gonna tell him. It's the right thing to do. It's right to get Nick killed because that's what's gonna happen. Now, you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay. Well, go get rid of it. I'll find Walter and run interference. Oh, and, uh, keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Oh, uh, there's nothing, man. I just wanted to check and see if you're okay. You coming to tuck me in? We have to tell you something. Hey, if there's something going on, I want to know. No, just go back to bed, Nick. Of course, he's showing it to him. That's completely logical. Oh, Jesus. Oh, God. God damn it. Hey, Nick. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Do not fucking blow it. Blow it? It's over. I have to tell him, Luke. What? No, you can't. Nick, you cannot do that. Are you fucking nuts? I gotta. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but fuck. I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You should tell him. Yeah, yeah. Nick, I'm warning you. This is fucking suicide. I'll live with it. Jesus Christ. Jesus. I can't handle this. Look, Clem, just go do that thing. Alright? I love the English language. I just love it. I just love it. I just love it. It's gone. It's totally logical. They're not funny. The question is, did Kenny talk about it? Or has he just found it himself? I don't know. I don't know. I mean, Kenny, he wanted to talk with him alone. Also, I don't know. I don't know anything. Walter? I always liked this knife. Smith is cool. Gave it to Matthew when all of this started. I know he's dead. Who did it? Was it that kid? What's his name? Uh, Nick? Heard him talking earlier. Something about shooting a man. I could see it. I could see it on his face. Wasn't sure that. But now... It was us. It was our fault. It was our fault. Jesus. I, uh... I don't feel good. Nick shot him. Is, uh... Is Nick a good man? Or is he just like everyone else? He is. He's a good guy, Walter. He was always going out alone. I told him something like this would happen. But he wouldn't listen. No, Matt always knew best. What's going on? You need to tell him. Tell him what? What happened on the bridge? Tell me what you did. Just tell me, son. Tell me what happened. From a distance it looked like anyone. I thought he was going to shoot my friends. And I... I shot Matthew. It happened real fast. I didn't know if I hit him, but I did, and... I didn't mean to. to get them. And now they would say, they would have had my best friend there shot. I really don't know what I would do. Write me in the comments, what you think about it. How would you react? Or what would Walter be your opinion? Write me in the comments. Let me give a thumbs up. Or a dislike. If I didn't like. If I did, please. And I would say, we'll see you next time. und schauen dann auf jeden Fall, wie es weitergeht. Was mit Candy passiert, was mit Wolder passiert, was mit uns überhaupt passiert. Und ja, wie schon gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, macht es sich gut, macht es besser und bis zum nächsten Mal. Servus, alte Schwede.